Herzlich Willkommen zu Radio Gustav, das ist Österreichs erster automatisierter Podcast. Hier gibt es die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizei Direktion Wien zum Nachhören. Das ist ein KI-generierter privater Service ohne Beteiligung des Innerministeriums oder anderer staatlicher Stellen. Sie hören Radio Gustav von Mittwoch, dem 25. September 2024. Ich verlese Ihnen nun die neuesten Pressemeldungen der Landespolizei Direktion Wien. Vier Polizisten im Zuge eines Widerstands gegen die Staatsgewalt verletzt. Festnahme 24. September 2024, 6.30 Uhr Vorfallsort 17. Herrnalser Gürtel Nachdem ein 28-jähriger österreichischer Staatsbürger in einem Hotel zuerst ein Frühstück und dann einen Job forderte, stieß er eine Mitarbeiterin gegen die Wand, sodass diese mit dem Kopf gegen eine Kante prallte. Einer weiteren Angestellten folgte er aus dem Hotel auf die Straße und versetzte ihr einen Fauststoß gegen den Kopf, sodass diese zu Boden stürzte. Anschließend flüchtete der 28-Jährige. Alarmierte Polizisten des Stadtpolizeikommandos Döbling hielten den Flüchtenden an. Daraufhin beschimpfte er die Beamten wüst, ging drohend auf sie zu und schlug mit der Faust nach den Beamten. Diese setzten Pfefferspray gegen den äußerst aggressiven Mann ein. Mittels Körperkraft versuchten sie, den Angreifer zu fixieren. Dabei schlug und trat der Mann um sich, sodass er vier Polizisten verletzte. Dem Tobenden mussten schließlich sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden. Dabei bedrohte und beschimpfte er die Beamten unentwegt. Im Zuge der Vernehmung zeigte sich der 28-Jährige nicht kooperativ und verweigerte die Aussage. Insgesamt drei der vier verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Die beiden Hotelangestellten blieben eigenen Angaben zufolge unverletzt. Schwerer Verkehrsunfall zwischen Passantin und PKW-Lenkerin, Passantin in akuter Lebensgefahr, 24. September 2024, 18 Uhr Vorfallsort, 16. Wilhelminenstraße. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 70-jährigen Fußgängerin und einer 79-jährigen PKW-Lenkerin kam es in den gestrigen Nachmittagsstunden im Bezirk Otterkring, bei dem die Fußgängerin lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 18 Uhr fuhr die 79-Jährige von der Retenbacher Gasse kommend in Richtung Wilhelminenstraße und bog in diese links ein. Etwa zur selben Zeit überquerte die 70-Jährige die Fahrbahn der Wilhelminenstraße. Beim Überqueren stürzte die Frau. Daraufhin wurde diese vom PKW der 79-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Mit einem Wagenheber hoben Passanten den PKW der 79-Jährigen an, befreiten das darunter eingeklemmte Unfallopfer und leisteten erste Hilfe. Durch die Berufsrettung Wien wurde die Frau anschließend notfallmedizinisch versorgt und in den Schockraum eines Spitals gebracht. Das Verkehrsunfallkommando führte die Amtshandlung vor Ort. 20-Jähriger mit Messer verletzt, Tatverdächtiger festgenommen, 14. September 2024, 2 Uhr Festnahmezeit, 24. September 2024, 17 Uhr, 15, Vorfallsort, 9. Spittelauer Länder, Festnahmeort, 1. Stadtpark. Wie in einer Presseaussendung am 15. September 2024 berichtet, war es in der Nacht vom 13. auf den 14. September 2024 im Bereich der Spittelauer Länder zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und zwei Unbekannten gekommen, bei dem einer der beiden den 20-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Am 24. September 2024 gegen 17 Uhr erkannte das damalige Opfer den mutmaßlichen Täter im Stadtpark wieder und verständigte den Polizeinotruf. Im Zuge einer Sofortfahndung konnte der Flüchtige, ein 23-jähriger syrischer Staatsangehöriger, von Polizisten der Bereitschaftseinheit Wien festgenommen werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte sich die Tat im Drogenmilieu zugetragen haben. Eine Vernehmung des Beschuldigten ist noch ausständig. Bedrohung mit Messer nach Streit wegen mutmaßlich falscher Behauptungen, Festnahme, 24. September 2024, 14.30 Uhr, Vorfallsort, Wien-Favoriten. Mit einem Klappmesser soll ein 41-jähriger türkischer Staatsangehöriger einen gleichaltrigen österreichischen Staatsbürger in der Wohnung eines gemeinsamen Freundes im Zuge eines Streits bedroht haben. Weiter soll er ihn mit dem Umbringen bedroht haben. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die Straße, wo der mutmaßliche Täter von Polizisten der Polizeiinspektion Favoritenstraße vorläufig festgenommen wurde. Das Messer wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige hatte es kurz zuvor weggeworfen. Das Motiv dürfte ein Streit wegen angeblich falscher Behauptungen gewesen sein, weshalb das spätere Opfer den Tatverdächtigen aufgesucht und zur Rede gestellt haben soll. Angeblich soll der Tatverdächtige behauptet haben, das Opfer schulde ihm Geld. Der Beschuldigte wurde vernommen und anschließend über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Drei Jugendliche nach PKW-Einbruch festgenommen, 24. September, 2024, 4.15 Uhr, Vorfallsort, 20. Kloster Neuburger Straße. Polizisten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse nahmen in der Nacht auf Mittwoch einen männlichen, 15 Staatsangehörigkeit Serbien und zwei weibliche Jugendliche, 14 und 15 Staatsangehörigkeit Serbien und Rumänien, nach kurzer Verfolgung vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, in einen PKW eingebrochen zu sein und eine Bauchtasche mit Münzen gestohlen zu haben. Die Bauchtasche entsorgten die Jugendlichen in einem Mistkübel, die Münzen mit einem Gesamtbetrag von 38,75 Euro wurden bei den Dreien sichergestellt. Über die Fahrertür dürften die Jugendlichen ins Innere des Fahrzeuges gelangt sein. Diese war zwar offen, eine Beschädigung wies sie allerdings nicht auf. Das waren alle Meldungen des heutigen Tages. Und das war Radio Gustav. Bei Rückfragen zu den Meldungen wenden Sie sich bitte direkt an die LPD Wien. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung dieser Folge. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Das waren die offiziellen Tagesmeldungen der Landespolizeidirektion Wien. Radio Gustav sagt Danke fürs Zuhören. Feedback bitte an office-at-radiogustav.at Missing Link Radio Gustav sagt Danke fürs Zuhören.